So, da sind wir! Gestrandet und nun. Danke, vielen Dank. Da sind wir bereit. Ja, hey, cool. Also wir sind wieder am Start. Und, äh, boah, die Kamera ist echt schwer zum Bloggen. Das ist nämlich unsere Hauptkamera, die ich auch so für andere Videos nutze. Und letzte Woche kam ja ein ziemlich, ja, größeres Video online, wo wir euch eigentlich einfach mal so komplett zusammengefasst hatten, was wir in den letzten Blogs oder in den letzten Podcasts immer mal wieder irgendwie angerissen haben. Und wir wissen ja, dass nicht jeder von euch ständig reinschaltet. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Deswegen wissen wir, dass solche zusammenfassenden Videos eigentlich immer ganz gut sind, um euch einfach nochmal zu erklären, was eigentlich unsere Pläne sind und was so die Richtung ist, die wir einschlagen. Und was wir erstmal grundsätzlich sagen müssen, ein riesengroßes Dankeschön für euer ultra, ultra, ultra krasses Feedback. Also es war so schön zu lesen und es war so schön, ja, vor allen Dingen auch das Feedback zu unseren Plänen zu bekommen und wie viele das sehr inspirierend finden. Das ist absolut nicht selbstverständlich für uns, sowas zu lesen. Das ist jedes Mal aufs Neue so, boah, krass. Und wir kennen auch diese Down-Phase, wo wir selbst so ein bisschen denken, boah, irgendwie geht das bei uns nicht voran oder irgendwie ist es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das ist völlig normal. Und das versuchen wir jetzt auch über die nächsten Wochen hinweg euch zu zeigen. Deswegen wollen wir euch unsere Pläne auch so früh wie möglich mitteilen, damit ihr eben den ganzen Prozess miterlebt. Weil wir werden 100% in dieser Idee, die wir haben, von unserer Base zu wechseln, auszuwandern, das Haus hier zu vermieten, mit dem Defender zu reisen, also die Welt zu sehen. Da werden wir bestimmt viele Rückschläge erleben, weil es klappt einfach nicht immer alles so, wie man es sich vorstellt. Und die andere Sache, wofür ich mich auch oder wir uns vor allen Dingen sehr bedanken wollten, ist einfach die Rückmeldung zu der Art von dem Video. Und da steckt wirklich viel, viel Arbeit drin und dementsprechend war es auch so schön zu sehen, dass viele von euch uns auch einfach Rückmeldungen zu der Machart des Videos gegeben haben. Können euch das natürlich nicht jede Woche versprechen, sondern es wird weiterhin eine gute Mischung sein. Auf jeden Fall werdet ihr gleich erstmal sehen, wie wir den Defender auseinander nehmen. Das haben wir jetzt nicht heute gemacht, sondern schon vor ein paar Tagen. Wir haben nämlich mit dem Defender Ausbau gestartet und ich würde sagen, ich labere auch gar nicht mehr so lange, sondern zeige euch einfach mal, wie das so aussieht, wenn man anfängt ein Auto auseinander zu bauen. Und ich sage euch, wir sind noch nicht fertig. Das geht noch um einiges weiter. Ein Teil des Defenders wird also momentan demontiert. Es geht deutlich einfacher als wir dachten. Die Schrauben sind zum Glück alle sehr, sehr gut zu lösen. Gleich kommt David, wir sind ja eben gerade in der Firma von seinen Eltern. Also wir haben hier immer so ein paar Gäste, die immer vorbeischauen. Was ganz cool ist und es macht wirklich mega Spaß an solchen Projekten zu arbeiten. Was besser als gedacht, oder? Viel besser als gedacht. Und das Wichtigste, der erste Eindruck, also auch hinter, die Vergleiche haben wir auch nicht abgenommen, aber das Wasser dahinter sieht echt okay aus, dass man nicht allzu viel neu kaufen muss, sondern vielleicht auch nur ein Rost behandeln kann. Das ist gut. Weiter geht's. Wichtigste ist übrigens die Dokumentation. Wenn man so ein ganzes Auto auseinander nimmt, dann kann es auch mal sein, dass man mal die Schrauben da immer findet. Das wäre natürlich schlecht. Die Erfahrungen haben wir ja nicht schon bei Tufelina gemacht. Ne, das haben wir nicht gemacht. Restaurieren ist was ganz anderes. Ja. Also wirklich, restaurieren vor einem Auto, das ist was ganz anderes als der Van-Ausbau. Wo kann ich das denn hin? Was ist denn mit mir? Mit mir? Mit mir? Hast du mit? Ja. Okay, wie du suchst? Ja. Ich würde sagen, unser Wagen hat keine Türen mehr. Das ist so witzig. Das Auto ist ja so groß, aber jetzt, wenn man drinnen sitzt, sieht man einfach überall hin. Und ich sehe sogar den Boden, weil ich habe das Boden blicken. Hast du das auch weggemacht? Oh. Achso, auf der Beifahrerseite? In der Mitte. Ah, oh, oh. Also ich glaube, wenn wir jetzt in der Straße fahren, ich meine, wir sind nicht angemeldet. Freitagabend. Ich glaube, wir würden angehalten werden, oder? Vermutlich. Wir bleiben lieber auf unserem Gelände. So, dass wir da hinten. Du kannst immer abstellen bei dir? Ach la. Scheiße, ey. Okay, wie machen wir es jetzt? Okay. Hast du? Okay, ich muss runter, ich muss runter. Ja. Wie ihr seht ist mit dem Defender jetzt also, das war eine Nuss, einiges passiert, kenne ich es, wenn es ist und dann ist es so trocken, egal. Auf jeden Fall ist einiges passiert, wir werden später noch zu einem Lackiertermin gehen, wie angekündigt, das heißt, da geben wir euch auf jeden Fall ein Update, was ihr sagt und wie das ganze zeitlich aussieht und ich bin jetzt erstmal am Vorbereiten von einem Outfit Video für meinen anderen Kanal, für meinen Fashion Kanal, da wird es wieder ein aufwändiges Lookbook gehen mit ganz ganz vielen Outfits, deswegen heißt es jetzt hier erstmal aufräumen, Kleidestein hängen und dann ungefähr so überschlagen 30 Outfits hinlegen. Es hängen schon ziemlich viele Teile hier, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich das jetzt so ein bisschen länger nicht gemacht habe, man kommt so aus der Übung, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, ich habe jetzt angefangen mit Teilen, die ich auf jeden Fall integrieren möchte und dazu gucke ich dann was sonst noch so passt und was dann meine Kombinationsteile sind. Aber das Ding ist, das Schwierige ist, man kombiniert ja teilweise ein bestimmtes Oberteil oder Hose zu mehreren anderen Teilen und deswegen muss ich da die Reihenfolge immer so machen, weil während dem Video gucke ich ja nicht, was ich mir vorab fotografiert habe, sondern ich fange dann von vorne oder von hinten an, je nachdem und ziehe es dann an, aber habe mir vorher sozusagen nur in meinem Kopf gemerkt, wie ich das Ganze kombinieren werde und deswegen muss ich mir dann merken, welche Teile ich wieder aufhängen muss und dann wieder passend zu dem anderen Outfit hinschiebe. Hat man es verstanden? Hat man es verstanden? Damit hat ich zugehört. Ich werde jetzt diese Teile ausziehen, weil die würde ich nämlich auch gerne kombinieren und bevor ich es vergesse, ziehe ich mir einfach kurz was anderes an, aber was ich euch sagen kann, das Oberteil, was ich wirklich so, so geil finde, das haben wir in drei verschiedenen Farben bei Estelbar am Start. Wo ist jetzt eben gerade die dritte Farbe? Mal ganz kurz holen. Hier ist die dritte Farbe und mir ist eben gerade nicht mal aufgefallen, dass ich es andersrum halte, jetzt nur von der Naht unten, aber hier an der Seite sieht man sehr gut, dass es doppelt vernäht ist, also auf beiden Seiten und was ich so cool finde, weil ich muss ehrlich sagen, das Oberteil, das hatten wir ja nicht zum Shooten in Mauritius, weil das erst später fertig geworden ist. Das heißt, es wurde direkt nach Berlin geschickt, wo unsere Fotografin und unsere Aushilfe das geschootet haben und dementsprechend habe ich dieses Oberteil erst bekommen, als wir wieder hier waren, aber ich war halt so, 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 so positiv überrascht, weil es ist immer was anderes, den Prototypen in M nur in der Hand zu halten oder halt die passende Größe selbst anzuziehen. Das ist einfach immer wieder was anderes. Kleiner Zwischenstopp, bevor es gleich zum Defender geht. Lackiere hat dazu gesagt, oder wenn nicht? Ja, das ist spannender, also wir waren gestern bei ihm und er hat gesagt, ich soll ihn heute um 15 Uhr nochmal anrufen, dann kommt er vorbei, also anstatt, dass wir irgendwie einen festen Termin gemacht haben, aber boah, scheißegal, zumindest hat er vor, sich den Defender einmal komplett anzuschauen, was auch Sinn macht, dann kann er erst abschätzen, wie viel Arbeitszeit das Unfall benötigt und wo wir dann kostenmäßig ungefähr landen. Also da muss man gucken, wie verrostet ist der und all so Dinge. Ja, ich würde sagen, wir sind am Defender angekommen und wir haben euch ja schon die Clips eingeblendet, wo wir ihn auseinandergenommen haben. Wir haben allerdings dann in den letzten Tagen nicht alles gefilmt, da war damit nämlich noch ziemlich fleißig, deswegen würde ich sagen, fangen wir ganz kurz hier am Auto selbst an, bevor wir gleich zu den kleinen Teilen gehen. Also wir haben beim Defender jetzt mittlerweile die größten Teile weggemacht, wie Türen, Dach, Motorhaube, hier hinten dann schon so einzelne Komponenten, könnte man es jetzt sagen, damit sich das dann der Lackierer anschauen kann, beziehungsweise was viel wichtiger ist, damit wir einen Überblick kriegen, was für Teile wir bestellen müssen. Wir haben nämlich auch das Problem mit Lieferzeiten und Pipapo, zum Glück haben wir zeitlich nicht so Stress. Das Gute ist, es sieht schon mal viel, viel besser aus, als wir dachten, aber ich weiß auch nicht, wie oft ihr schon mal ein Auto in so einem Zustand gesehen habt. Es tut ein bisschen in der Seele weh, weil man sich so denkt, wow, man hat jetzt einfach so einen ganzen Batzen Geld auseinandergenommen. Schon heftig. Aber wiederum weiß man, man macht es ja, damit dann was Besseres passiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein krasses Vertrauen in Damian auch, kein No Pressure, so ein krasses Vertrauen, dass er das auch wieder zusammenkriegt. Also bei uns ist es so, wir gehen mal ganz kurz in die Garage schon mal rein, weil da wollte ich euch auch noch kurz was zeigen. Bei uns ist immer einer der Kopf von den verschiedenen Aufgaben. Das ist vielleicht eigentlich ganz spannend zu wissen, weil wenn ihr uns so aktiver verfolgt, dann wisst ihr, dass wir sehr viele verschiedene Bereiche haben. Wir haben ja das Fair Fashion Label, wir haben natürlich auch die kreative Seite, die Fotografie, den Videoschnitt. Dann haben wir natürlich auch diese handwerkliche Seite oder zum Beispiel auch beim Hausbau oder so was. Wir haben immer gesagt, bei den verschiedenen Themen ist einer von uns beiden der Kopf. Und das tun wir ganz am Anfang von dem Projekt festlegen. Das heißt jetzt beim Defender, sage ich jetzt mal, wenn es um den puren Ausbau geht, um diesen Bereich, da ist Damian der Kopf. Bedeutet für mich allerdings nicht, dass ich nicht mitdenke, sondern es bedeutet, dass er sozusagen die Überhand hat und da ganz genau guckt, dass wenn es um den Ausbau und die Demontage und wieder Montage geht, dass er den Überblick behält. Und ich bin sozusagen das zweite Paar Augen, was dann immer mitguckt, aber auch die Zusammenhänge mit versteht. Und genauso ist es auch andersrum. Wenn ich zum Beispiel der Kopf bin beim Fair Fashion Label, ist Damian trotzdem aktiv dabei und guckt über alles drüber. Aber das ist für uns die perfekte Technik, mit der wir es halt hinbekommen haben, den Überblick über die verschiedenen Sachen zu behalten, ohne dass wir durcheinander kommen und so, dass immer halt einer noch so ein bisschen, wie hatten wir, Art Veto-Recht hat oder beziehungsweise einfach sagen kann, was Sache ist. Damian wird auf jeden Fall hier schon mal verschiedene Teile verteilt. Hier sehen wir schon mal so ein bisschen Sitze. Hier ist so Heckfensterseitenteil, da ist ja nur die Hälfte Setup. Ein bisschen Dachhimmel, was hier eigentlich ganz interessant ist, weil viele sagen, wie baut es wieder zusammen. Wenn man sich etwas überlegt, dann haben wir hier eine Kombination aus verschiedenen großen Tüten, wo wir draufschreiben, was es ist. Wichtig, da Damian der Kopf ist an der Sache, schreibe ich nie einfach so Bezeichnungen drauf, wenn ich die Tüten mache oder irgendwas demontiere. Dann frage ich Damian, wie er das gerne draufgeschrieben hätte, damit er weiß, was damit gemeint ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig auch noch Kreppband, damit wir auch einzelne Teile einfach bekleben können, beschriften können und irgendwie noch Kabelbinder, um gewisse Dinge einfach zusammenzubinden. Und das tun wir dann zusammen lagern. Gehen wir mal rüber. Hier sind unsere ganzen Türen, die Motorhaube. Also wir haben hier unsere Hecktür, wir haben hier unsere anderen Türen. Die hat er sich auch alle angeguckt. Genau. Und war begeistert, dass wir es schon demontiert haben. Es war tatsächlich gar nicht so leicht, alles zu platzieren. Also unser Dach liegt auch noch irgendwo, hoffentlich safe. Da darf nämlich nichts drauf fallen, auch wenn der Lackierer nochmal drangeht. Aber wäre ganz nett, wenn es hält. Und da haben wir Ersatzteile. Also da haben wir schon den ganzen Abgasstrang, oder? Genau. Wenn ich es richtig habe, das Fahrwerk müsste auch da sein. Das liegt da unten. Wo liegt das? Hinter dem Motorrad. Ah, da liegt es da unten. Wusstest du, dass ich Vollprofi im Tetris war? Hm. Ja, mit den einfachsten Teilen kann jeder Tetris spielen. Also das zählt nicht, Damian, das Argument. Nö. Auf jeder guten Baustelle sind übrigens auch immer so ein paar Snacks verteilt. Vielleicht auch so ein bisschen Bier. War der gut? Ja, 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 ja. Doch, der war gut. Also ihr habt gesehen, wir haben einiges am Defender auseinandergenommen. Und es wird auch noch so weitergehen. Das Ding ist ja, man kennt das, man malt so ein Quadrat aus. Grob ausgemalt ist schnell, fein ausgemalt dauert am längsten. Was Sophie damit meint, die Schrauben, die raus wollten, sind draußen, die festgerostet sind, äh, sind so drinne. Und es ist unglaublich viel Zeit, das dann braucht. Aber so ist es nun mal. Das war uns bewusst, dass das Ganze schon zeitlich eine ordentliche Nummer wird. Vor allen Dingen ist es auch ganz wichtig zu sagen, weil wir werden ja auch ganz oft gefragt, ja, mit welchen Kosten rechnet ihr? Wie lange dauert der Ausbau? Wir sind zum Glück in dieser Position, wo wir das entspannt angehen können. Manche haben dann doch irgendwie ein zeitliches Limit, wo sie wissen, okay, die wollen nicht noch einen Monat länger für eine Garage oder für ein Hallo oder sowas zahlen. Aber wir wissen bei so einem Projekt und wenn man so ein ähnliches Projekt auch schon mal gemacht hat, da kommen immer Überraschungen. Wir sind jetzt positiv überrascht vom Zustand des Wagens, weil wir viel, viel weniger Rost und viel weniger Schäden haben, als wir dachten. Aber, gerade wie Damian sagt, die ganzen verrosteten Schrauben, wir brauchen jetzt neues Werkzeug, ne? Genau, wir werden noch mal ein bisschen aufrüsten, weil wir doch noch mal, was du, Bohrmaschine, Flex, Schleifen, Lack ab, ja, brauchen wir noch mal ein bisschen was. Und vor allen Dingen auch noch Teile vom Defender, das wusstest du ja vorher auch nicht, was wir wirklich neu kaufen müssen. Ich schätze, wie viele Teile habe ich insgesamt in den letzten zwei Tagen bestellt, so ganz grob, ganz grob. Ungefähr 400, das hat er mir auch nicht heute Morgen erzählt. Ach, scheiße, stimmt. Das haben wir vergessen. Ich zähle die 400 Teile und das ist wirklich nicht alles. Also, ich habe gerade einfach nur geguckt, immer dichtung, also immer, wenn ich das abmontiere, bestelle ich gleich die Teile, wo ich weiß, dass ich sie neu brauche. Wichtig ist, dass wir die Ordnung beibehalten, damit später bei der Montage auch alles sitzt, wo es sitzen soll und nichts klappert oder knarzt oder abfällt. Also, ich persönlich hatte ja noch nie ein komplizierteres Lego-Ding, aber ich stelle mir das vor, wie so ein Lego, so was komplizierter ist, wo man eigentlich sehr gerne nach Anleitung baut, nur, dass wir die Anleitung dann später halt eigentlich nicht wirklich haben. Genau. Deswegen, ach, das wird schon, ich meine, ist ja auch normal, dass man sein Auto mal zerlegt. Also, ich habe sowas vorher noch nicht gemacht, damit auch nicht, aber ich meine, das ist die perfekte Einladung, dass zwei motivierte Voll... Profis das schaffen, aber gar keine Sorge, ich kenne mich mit Waschmaschinen aus, das ist doch, es ist einfach nur eine große Waschmaschine. Es ist das Gleiche. Scheiße, ja, das Gleiche. Guten Morgen, vom Defender ab zum nächsten Tag. Heute, es ist eigentlich auch schon wieder mittags, heute gab es so ein bisschen Stress. Wir haben nämlich hier, also ich habe das Video hier gedreht, da haben wir jetzt noch andere Dinge erledigt und jetzt geht es nämlich los in die Schweiz. Wir sind jetzt schon viel später mal wieder, als wir eigentlich los wollten. Wir wollten echt noch den Abend schon genießen, aber wenigstens wären wir noch zum Abendessen da, sondern vielleicht haben wir auch noch die Chance, in den See zu springen, was ziemlich cool wäre. Wir haben unsere Badesachen auf jeden Fall mit dabei. Wir haben jetzt gepackt, und zwar so, dass wir dann am nächsten Tag, also morgen, dann auch los können, Richtung Zermatt mit den Zügen, ohne dass wir zu viel Gepäck mit am Start haben. Wir haben auf alle Fälle ein paar Rucksäcke. Und zwar hat jeder von uns einen mit am Start, wir haben hier einmal unseren Kamerarucksack, da ist unten eigentlich eher Technik, die Notebooks haben wir auf beide Rucksäcke verteilt. Zum Wanner nehmen wir dann immer nur einen Rucksack, und zwar den Kamerarucksack. Meine Wanner-Schule sind dabei, drei mal zwei Wanner-Schule sind schon gleich im Auto. Unser Stativ nehmen wir wahrscheinlich nicht mit, bis nach Zermatt, aber wir lassen es jetzt erst mal im Auto und überlegen uns noch dann, ob wir es mitnehmen. Aber wir brauchen tatsächlich mal eine Alternative, also falls vielleicht von euch irgendjemand eine Ahnung hat, ein gutes Stativ, was man sehr, sehr hoch ausfahren kann, was stabil ist, aber was trotz dessen halt so leicht wie möglich ist, vielleicht irgendeine Carbon-Alternative, I don't know, aber das Ding wiegt halt einfach viel zu viel. Ich glaube, das sieht man auch daran, wie sehr ich meine Hand anspannen muss. Das ist zum Wandern einfach zu schwer. Wie los geht's? Schwer, oder? Das, wo wir alles stecken? Ja, morgen zum Glück. Oh, der Scheiß. Angekommen in Zermatt. Angekommen in Zermatt. Es ist schon kühl, also man merkt hier so ein bisschen die Höhenluft, würde ich sagen. Als ob man so ein Skigebiet angekommen wäre. Ist ja auch ein Skigebiet. Im Sommer. Zermatt ist tatsächlich ein autofreies Dorf, also hier gibt es entweder Kutschen, sehe ich eben gerade, oder kleine Elektro-Taxi-Mini-Busse oder Transfers halt von den einzelnen Hotels, aber wir machen es jetzt mal so ganz, so wie früher, wir laufen einfach zum Apartment. Das Wetter ist gut. Wir haben die Rucksäcke, extra nur Rucksäcke gepackt, damit wir dann entspannt laufen können. Wir sind dick eingepackt, weil es schon, ey, wenn etwas frisch ist, ich finde es auch kalt. Wenn morgen die Sonne rauskommt, dann wird es schon deutlich wärmer. Nein, wir wandern dann aber auch erst mal ein paar Meter hoch. Noch höher. Ja, und dann wird es auch noch kälter wahrscheinlich. Du wolltest nicht so viel mit dir. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir mal kurz, wo wir Geld abheben können, damit wir so ein paar Franken wieder haben. Und dann laufen wir zum Apartment, ne? Das machen wir. So süß die Gästchen hier, muss man wirklich sagen. Ich habe viel erwartet, aber ich würde sagen, jetzt übertrumpft es nochmal ein bisschen. Ich bin gespannt, wenn wir morgen wandern gehen, ob Sophia da nicht so viel versprochen hat. Nein, ich war hier, als alles weiß war. Echt? Hier unten nicht viel, aber schon ein bisschen weiß. Boah, muss auch geil aussehen. So, willkommen in unserem großen, aber feinen Apparatment. Das ist tatsächlich, wow. Sieht doch hier aber schon groß aus. Das ist echt wie sinnvoll, das ist eine Wohnung. Genau, ich glaube, wir haben zwei Schlafzimmer, oder? So weitest du mir jetzt eingekriegt, ein Bad. Und ich würde sagen, wir legen erst mal ab, oder? Ja. Nach so einer langen Fahrt. Dann suchen wir den Matterhorn. Dann suchen wir den Matterhorn. Oh, gefunden. Da ist er. Da ist er. Deswegen heißt Apparatment auch hier Matterhornblick. Das heißt nicht Matterhornblick. Das heißt nicht so. Nein. Aber du findest bestimmt zwei Matterhorn, das ist ein Apparatment, was du heißt. Der ist doch immer so. In den Gebieten, wo dann so ein großer Berg ist, heißen alle Blick. Also Matterhornblick. Wenn ihr wisstet, wo ihr eben gerade draufsteht. Wir haben uns das Stativ gespart. Wir wollten nämlich endlich mal ein Wanderstativ haben. Ich glaube, das habe ich im Blog schon gefragt, ob ihr irgendwelche Empfehlungen habt. Das halt leicht ist. Aber wir brauchen nicht nur ein Wanderstativ, sondern wir brauchen auch für den Rucksack hier so einen Einstecker, damit man die Kamera wie hier so reinstecken kann. Weil das blöde ist ja eigentlich, wenn man unterwegs ist an einem schönen Ort und dann hat man irgendwie, ja, dass man halt die Kamera erst aus dem Rucksack packen muss. Bis was passiert ist, ist dieser Moment auch irgendwie gefühlt. Meistens möchte man gerne so. Zack. Also eigentlich bin ich schon direkt beim richtigen Thema und zwar das Thema Wandern. Ich habe Kamera, weil ich will eine neue Kamera haben. Das versprechen wir mal in einem anderen Blog. Aber das Thema Wandern, finde ich, ist so eine Sache, weil wir wurden da nicht drangeführt an das Wandern, sondern jetzt erst in den letzten Jahren. Aber wir sind nicht damit aufgewachsen. Als Kind fand ich, also das Thema Wandern, wie spießig ist das denn und wie lahm und wandern, das ist sowas für die alten Leute mit so einem Hütschen auf dem Kopf, eine Feder hinter dem Ohr und dann laufen die wieder im Stock rum und gehen Bier saufen auf die Hütte. Das war so die Vorstellung vom Wandern. Das, was wir jetzt auch gemerkt haben, weil zum Beispiel an das Thema Campen und Vanlife wurden wir auch nicht rangeführt. Und wir versuchen das jetzt sozusagen Stück für Stück für Dinge, die wir interessant finden, uns daran zu trauen. Und manchmal hat man halt das Glück, so wie jetzt mit dem Freund meiner Mama, der uns halt ranführt bei den Wandern und Routen raussuchen und so, dass man das halt einfach so lernt. Und manchmal hat man das Pech und man hat dann niemanden und ich kann es verstehen. Ganz viele sagen das ja auch Amanda so, wie soll ich damit denn anfangen? Ja, das ist glaube ich auch mal das Schwerste, anzufangen, einfach zu machen. Man stellt sich meistens auch viel komplizierter vor, als es dann am Ende ist. Und man hat aber auch riesen Erwartungen von dem Wandern, also dass man direkt gleich an einem Wasserfall ist und da fliegen die Vögel durch den Wasserfall. Also das ist ja auch, dann ist ja auch nicht immer so. Ab und zu sind Wanderwunden auch scheiße, ab und zu sind die anstrengend, ab und zu ist es vernebelt, dann ist man angekommen, dann hatten wir auch schon alles. Das ist eigentlich so wie mit dem Vanlifen halt auch. Also mit allem eigentlich, was vor allen Dingen auf Social Media sehr so romantisiert vorgestellt wird irgendwie. Aber eigentlich wollen wir euch nur damit sagen, wenn ihr Lust habt, sowas zu machen und so wie wir halt eben auch nicht damit groß geworden seid, ist es nie zu spät, damit anzufangen. Also wir tasten jetzt ran, tun Stück für Stück unsere Ausrüstung verbessern, ja oder? Und dann Stück für Stück, dass es halt immer besser ist und dann traut man sich auch immer mehr und so wird es dann halt auch mit dem Offroadfahren sein und sowas. Wir haben auch niemanden, der uns ran geführt hat an dieses Offroadfahren. Einfach mal machen, ne? Ja. Für unser klassischer Spruch, also gestrandet und nun, einfach mal machen. Das wäre die Vorsitzung. Ich sag euch, in fünf Jahren haben wir so einen Endlossatz. Oh, der Matterhorn lässt sich so langsam blicken. Wow. Wir haben hier Aussicht auf dem Matterhorn. Aber ich glaube, die nächste Wolke kommt wieder. Aber wenn nicht, sehen wir den spätestens morgen. Jetzt machen wir uns erst mal gleich mal ready. Video schnallen. Ja. Danach Mama und Nico abholen. Ja. Dann gehen wir an Bierchen trinken, habe ich gehört. Meine Mama ist bestimmt dabei. So ein Bierchen in der Sonne wird schwierig. Jetzt, mehr Motivation bitte. Motivation, wir motivieren uns gegenseitig. Und damit, guten Morgen. Meine Mutter ist mal wieder zu Gast in einem Vlog. Schön. Scheiße, schön. Ich bin schon außer Puste. Bist du außer Puste? Schön. Jetzt schon. Bist du von unten hochgelaufen? Ja, komplett die 100 Meter. 200 oder 100. Erzählst du mir noch kurz, wo wir heute sind? Ja, wir sind... Ich muss jetzt mal durchatmen. Wir sind in Zermatt. So schlimm war das nicht. Das war so lustig über mich. In Zermatt, oben auf den Berg einkommen, werden eine kleine Tour starten. Ich bekommen habe eine kleine, große Tour. und der Kaffee hat zu. Nein, Monika. Sein Kaffee hat zu viel. Kaffee hat zu. Hahahaha So schön Das wäre hier der Traumstellplatz für uns mit dem Defender Hier ranfahren, Heck hoch Wow Das ist wirklich Hammer Es ist schwer an der Kamera, es ist so schwer mitzunehmen Weil das was man hier erlebt sieht Auch die Wärme spürt, die Sonne, die Geräusche Und den ganzen Blickwinkel eigentlich nur wow Hast du das schön süß gesagt Oh, eine schöne Wanderung hinter uns Beziehungsweise ne, wir haben eigentlich noch ein bisschen was vor uns Wir sind in Smut jetzt Z-M-U-T-T Und ich brauche neue Wanderschuhe Eigentlich haben wir gesagt Sophia, lauf deine Wanderschuhe mindestens 2 Wochen ein Sophia hat die mal 5 Stunden getragen Ich habe eigentlich meine Wanderschuhe schon länger getragen Und ich glaube ich habe alles voll geblasen Ja, dann würde ich sagen, ich lauf weiter Okay, kurz aufs Handy umgeswitcht Weil es hier einfach zu schön ist Ich wollte euch eigentlich noch kurz die Aussicht zeigen Also da laufen eben gerade meine Mama und ihr Freund runter Das ist Smut, also das kleine Dörfchen Das ist echt ganz süß Und hier, schaut euch das an Also da oben ist der Matterhorn Und wir sind jetzt hier alles irgendwo drunter gelaufen Und mit dem Wind und Boah, also Empfehlung würde ich sagen, ne? Sieht schon aus wie ein richtiger Wanderer Das Outfit nicht möglich, oder? Ja Guten Morgen Guten Morgen Es ist Sonntag Wir sind ganz schön schlapp Also man merkt so ein bisschen, ich merke die Waden Und meine Blasen wahrscheinlich, wenn ich nicht schwindig wieder in den Schuhen bin Ja Das sind grauen, weil ich habe Blasen von den Schuhen Absolut Wir werden heute wahrscheinlich auch eine wunderschöne Route machen Wir haben uns allerdings dazu mal entschlossen Heute die Kamera hier zu lassen Und das einfach so komplett offline zu machen Urlaubstag Genau Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Vlog wieder Da geht es nämlich dann auch wieder ordentlich weiter mit dem Defender Und ansonsten würde ich sagen, verlinken wir euch da den letzten Vlog, oder? Und hier unten Da könnt ihr uns abonnieren Und da gibt es noch eine Glocke Genau, da gibt es noch eine Glocke, die könnt ihr auch direkt anmachen, falls ihr Lust habt Wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald Tschüss